Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eis-Themen des Partners Holy. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosen-Schleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen. Bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Haben Sie vorhin schon mal angerufen? Hier klingelt es schon den ganzen Morgen. Also ich rufe persönlich das erste Mal an. Ich sehe einfach, dass Sie davor mit den Herren Axel Wagner gearbeitet haben, ein Rückerstattungsverfahren angefangen haben, aber nicht durchgeführt haben. Ich will nicht mal wissen, wo Sie stehen geblieben sind damals. Also ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer. Sie sind jetzt gerade im Wohnzimmer. Ja. Hätten Sie vielleicht Zugriff zum Computer, damit ich halt überprüfen könnte, wo Sie stehen geblieben sind? Mit wem spreche ich denn? Ich komme gerade nicht hinterher. Peter König von der Blockchain-Consulting GmbH. Was ist das denn? Also sozusagen, Sie haben mit unseren Kollegen von der Finanzabteilung, mit dem Herrn Axel Wagner gesprochen, vor wahrscheinlich einem Monat oder zwei Monaten. Und ein Rückerstattungsverfahren angefangen, also ein Geld sozusagen rückerstattet zu kriegen. Schon mein Enkelsohn sagte, dass da mal ein Anruf war, aber da hat sich nie wieder jemand gemeldet. Ja, also ich sehe hier in unserer Datenbank, dass ein Rückerstattungsverfahren unter Ihrem Namen angefangen wurde, aber nicht durchgeführt wurde. Wofür denn überhaupt? Wegen der Küche? Wegen der Küchenplatte? Nein, Sie haben ja mal vor einiger Zeit Geld in eine Handelsplattform in Krypto investiert und wir sind verpflichtet, Ihnen ein Rückerstattungsverfahren anzubieten. Ach, Sie haben sich ja ganz, ich habe das ja eingezahlt, dann haben Sie sich ja ewig nicht gemeldet. Was war denn da los? Also der Broker ist pleite gegangen sozusagen, die sind so insolvent und wir sind jetzt beauftragt worden, also ein Rückerstattungsverfahren möglich zu machen. Ach, Sie sind vom Insolvenzverwalter? Ne, ich bin nicht vom Insolvenzverwalter, die wurden sozusagen ja nach einer gerichtlichen Untersuchung insolvenz erklärt. Und sozusagen bin ich jetzt beauftragt von der Blockchain-Consulting GmbH, also die Genesis Group wurde beauftragt von der Deutschen Finanzamt, die Rückerstattung möglich zu machen. Aha. Und ich bin jetzt von der Blockchain-Consulting GmbH, Sie haben mit meinen Mitarbeitern von der Finanzabteilung, mit dem Herrn Axel Wagner, vor einiger Zeit gesprochen, ein Rückerstattungsverfahren angefangen, aber ist nicht durchgeführt. Ja, mit dem Enkelsohn hat er gesprochen. Mit dem Enkelsohn, ja, aber das ist, also ist Ihr Name Rolf Omones? Ja, ja, das ist mein Name. Das ist Ihr Name, ja, das heißt, das Konto ist unter Ihrem Namen und eigentlich könnten nur Jesus durchführen. Also vielleicht hat er es mit dem Enkelsohn angefangen, aber nicht durchgeführt wegen irgendwelchen Gründen. Ja, ich war jetzt auch, ich hatte noch mal Corona, ich war jetzt sechs Wochen auch gar nicht wirklich ansprechbar, ne, vielleicht deswegen. Ja, wahrscheinlich. Also meine Aufgabe ist einfach sozusagen, diese Fälle, die angefangen wurden, aber nicht durchgeführt wurden, ich musste einfach schließen sozusagen. Ach so. Und sozusagen habe ich jetzt eine Datenbank, eine neue gekriegt, wo Fälle sind, die angefangen wurden, aber nicht durchgeführt wurden. Und ja, Ihre Nummer war halt zwischen den Nummern, die angefangen wurden und sich wieder einfach mal vorschlagen, schnell die Rückerstattung durchzumachen und das war's. Dann hätten Sie Ihr Geld, hätten unsere Servicekosten vom Deutschen Finanzamt und das war's dann. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Ich habe starke Halsschmerzen, dass ich nebenbei an einem Eis rumknabber. Das brauche ich, sonst kann ich gar nicht sprechen. Ja, also selbstverständlich sind Gesundheitsgründe, also ja, es ist mir recht egal. Ich möchte nur nicht unfreundlich rüberkommen, ne? Nein, alles gut. Also ich verstehe Gesundheit. Ich hatte ja auch mal Corona und da war es auch nicht so schön. Also ich verstehe da alles. Ja, das ist ja gut. Und Sie sind jetzt von welcher Firma? Vom Finanzamt? Blockchain Consulting GmbH. Wir wurden beauftragt. Also die Genesis Group wurde vom Deutschen Finanzamt einfach beauftragt. Wir haben Datenbanken gekriegt mit den ganzen Konten, die vorhanden sind. Also die Leute, ich habe das ja schon geahnt gehabt, mit denen ich das Staat zu tun hatte, von Goat Farm Invest, das war ein Betrüger, ja? Das war ein Broker, die aber nicht legitim gehandelt haben. Die haben keine Lizenzen gehabt zum Handeln in Kryptowährungen. Die haben das aber trotzdem gemacht. Deswegen wurden sie auch nach einer gerichtlichen Untersuchung geschlossen. Ja, ja, also Betrüger, ne? Weil ich habe mein Geld hier nicht wiedergekriegt. Also nicht direkt Betrüger, sagen wir mal so. Na doch. Erst habe ich da ja 250 einbezahlt. Dann rief er an, sagst du ihn jetzt 5.000. Und wenn sie nochmal 5.000 nach 7,50.000 draus machen. Und dann habe ich nie wieder was gehört. Mhm. Und wie viel haben sie im Endeffekt eingezahlt? Also investiert? Ja, 10.250 waren das dann insgesamt. Ja, 10.250, also... Ist nicht wenig, ne? Ja, ist nicht wenig. Und in welchem Jahre war das? Im Januar. Im Januar? Ja, also ich könnte es eigentlich möglich machen, sozusagen das Geld zurückzukriegen. Vielleicht ist dort auch Gewinn vorhanden. Kann ich nicht direkt sagen. Ich weiß ja nicht, wie viel dort vorhanden ist. Aber sagen wir mal so, also ich bin einfach beauftragt, die hängen Fällen, sagen wir mal so, die bei uns da sind, aber nicht durchgeführt wurden. Das muss ich jetzt möglich machen, zurückzukriegen. Also sprich, ich könnte ihnen sozusagen die Investition, vielleicht mit Gewinn, vielleicht mit Verlust, genau weiß ich ja nicht, wie hoch das Wert der Transaktion ist, an sie zurückerstatten. Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe. Der Prozess wurde schon angefangen mit dem Herrn Wagner, aber nicht durchgeführt. Und sozusagen deswegen habe ich auch den Anruf jetzt gemacht, damit ich halt weiß, wo sie halt stehen geblieben sind und damit ich weiterhelfen könnte. Das ist gut, das ist gut. Also ich glaube ja nicht, dass die mit dem Geld wirklich gehandelt haben. Das werden ja knallharte Betrüger gewesen sein. Sagen wir mal so, das Geld ist in Kryptoform bei uns. Ach so. Also das wurde schon gehandelt. Viel haben Sie denn davon vorliegen? Wir, was meinen Sie denn damit? Na, von meinem Geld. Von Ihrem Geld. Also das darf ich jetzt so nicht sagen. Das ist ja so eine sensitive Konteninformation. Ich müsste sie erstmal verifizieren und danach darf ich alles sagen. Ja, wir haben ja jetzt ja besprochen. Rolf Mones ist am Telefon. Ja, Rolf Mones, aber ich müsste sozusagen durch Ihren Computer die Transaktion erstmal bestätigen. Nachdem ich sie bestätige, danach könnte ich auch den Wert der Transaktion sehen. Ja, was? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich höre nicht mehr so gut. Ja, ich müsste erstmal die Transaktion durch Ihren Computer, durch Ihren Hausnetz bestätigen. So würde ich feststellen, dass die von Ihrem Computer damals auch Zugriff hatten zu diesem Handelskonto. Das kriegen wir hin. Ich habe die ganzen Unterlagen hier vorliegen. Also mit den Einzahlungen und die E-Mails von denen, die habe ich auch alle ausgedruckt. Ja, also hätten Sie die Daten auf dem Computer vielleicht? Nee, im Ordner. Ja, der Anwalt hat das für mich ausgedruckt. Ja, gut. Also wenn Sie wollen, dann könnten wir jetzt eine Verbindung mit Anydesk aufbauen. Dann würde ich Ihnen direkt die Transaktion im Internet zeigen, die bei uns da liegt unter Ihrem Namen. Und dann könnten wir weitermachen. Also Sie können das sicken an taube88.aol.com. Das ist das Geburtsjahr von meinem Enkelsohn. Ja, sagen wir mal so. Also per E-Mail darf ich jetzt vorher erst nichts machen. Ich muss ja erstmal komplett verifizieren. Ja, ja. Sie können sich ruhig verifizieren. Haben Sie da einen Ausweis oder wie machen wir das? Wir machen das normalerweise durch das Internet. Also durch das Internet. Ihr Gerät, sprich Ihr Laptop, hat ja eine bestimmte Seriennummer. Die würden wir dann sehen. Also sobald Sie Zugriff zu einer bestimmten Internetseite haben, zu der offiziellen Internetseite von Blockchain, machen Sie Zugriff, suchen unter eine bestimmte Hash-ID eine Transaktion. Dann würde das System automatisch Sie entweder ablehnen oder bestätigen. Also wenn es abgelehnt ist, dann sind Sie die falsche Person. Und wenn es bestätigt ist, dann sind Sie die richtige Person. Ich habe ja die Rechnungen vorliegen. Ich habe das aber auch gerade gar nicht verstanden. Können Sie das nochmal für dumme erklären? Diese Technik-Sachen überfordern mich. Ja. Sie haben ja in Krypto investiert. Genau. In elektronische Krypto. Dogge-Coin waren das. Ja, Dogge-Coin. Ja. Der Broker, der hat erstmal ein Dogge-Coin gekauft. Dort ziemlich gutes Gewinn gemacht. Und danach hat er alles Geld in Bitcoin umgewandelt. Aber der Dogge-Coin ist doch abgestürzt. Wie hat er dann Gewinn gemacht? Ja, also wahrscheinlich hat er es ja gut verkauft. Also bevor er abgestürzt ist wahrscheinlich. Hat er mit meinem ergaunerten Geld noch andere Leute betrogen? Am Ende komme ich auch noch in den Knast mit 87. Nein, im Knast kommen sie ja nicht. Wir sind ja sozusagen Opfer. Ja, ich bin ja betrogen worden. Wann kriege ich die Kohle denn wieder? Wie lange dauert das? Also wenn wir jetzt sozusagen den Prozess anfangen, wieder von der Neut, dann kriegen wir es innerhalb von 1 bis 2 Wochen zurück. Oh, das ist ja großartig. Und Ihre Dienstleistung, die kostet mich was? Ihnen kostet es gar nichts, sobald die Rückerstattung durchgeführt wird. Weil das deutsche Finanzamt begleicht die Dienstleistung. Also das ist in Höhe von etwa 2.500 Euro kostet es. Also sprich die Servicekosten. Aber Sie kriegen sozusagen nach der Rückerstattung, kriegen Sie per E-Mail bestimmte Unterlagen. Also wie alles durchgelaufen ist. Sie unterschreiben die Unterlagen dann, schicken Sie entweder per Post zu unserer Hauptzentrale nach München. Oder Sie unterschreiben sie, scannen sie ein in hoher Qualität und schicken es per E-Mail im PDF-Format. Also Sie sind in München? Ja, Hauptsitz ist in München. Ich persönlich bin in Wien. In Wien? Das ist ja auch eine schöne Ecke. Da wohnt mein Schwiegersohn, ne? Ja, so. Ich bin halt zuständig sozusagen für den deutschsprachigen Reich. Fürs deutsche Reich sind Sie zuständig? Ne, nur nicht deutschsprachigen Länder, sozusagen Schweiz, Deutschland und Österreich. Ach so, der Dachbereich. Ne? Der deutsche Reich ist ja da drin. Ja, das weiß ich ja. Aber die Abkürzung für Deutschland, Österreich, Schweiz ist ja Dach. D für Deutschland, A für Österreich und CH für die freundlichen Eidgenossen. Oh, da hatte ich mal eine schöne Freundin. Schöne Freundin, du. Ja, also, ja, in Österreich gibt's schöne Leute, genau. Ne, ich meinte mehr die Schweiz, ne? Sag mal, in Österreich, da hab ich immer einen Bogen drumrum gemacht. Ja, warum denn? Also beruflich, ne? Bin ich da nie hingekommen. Ja, könnten mal nach Lenz hinfahren, also da komm ich her, ist eine schöne Stadt. Ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal, ich bin ja auch in München, ne? Deswegen hätte ich gesagt, ich kann ja mal, kann da ja mal eben vorbeikommen. Das ist ja dann vielleicht einfacher zu erklären. Wo sind die Kollegen denn? Na, der Fall ist aber in Österreich. Also erstmal müssten wir es dann irgendwie übergeben nach München. Ja, aber Sie sagten, dass Sie arbeiten im Auftrag vom Deutschen Finanzamt. Da muss ich mich ja mit jemandem in Deutschland auch unterhalten können. Also, ich bin jetzt sozusagen zuständig für Ihren Fall. Also, ich hab Ihren Fall übernommen. Ich müsste die Rückerstattung durchmachen und dann könnten Sie vielleicht sogar persönlich die Unterlagen, die unterschriebenen Unterlagen, die Sie halt per E-Mail kriegen, ausdrucken, unterschreiben und dann persönlich auf die Neuhausener Straße 17 zur Hauptzentrale bringen. Das hört sich gut an. Und jetzt bitte nochmal zum Mitschreiben. Die Adresse, bitte. Neuhausener Straße 17. Neuhausener Straße 70. Gut. 17. 1-7. 1-7? Ja. Gut. Es ist gut, dass wir drüber sprechen. So. Also, ich hab gerade mal geguckt hier im Regal. Also, der Ordner Betrugsfall ist noch da. Dann würde ich nachher meinen Enkelsohn bitten, dass er das alles mal abfotografiert und dann kann ich Ihnen das rüberschicken. Also, wenn Sie erlauben würden, dann kann ich es jetzt mal versuchen, durch Ihren Computer zu bestätigen. Und wenn Sie es bestätigen, dann müssten Sie auch, dass ich so keine Aufwendung mache. Das ist ja kein Aufwand. Ein Aufwand war der Anwalt und die Polizei und alles. Ja, sagen wir mal so einfach. Ich hab auch begrenzte Service-Time und ich muss ja auch schnellstmöglich abschließen, den Fall. Was haben Sie begrenzt? Aufnahmekapazität? Nein, Service-Time. Also, ich muss, ich hab ja auch einen bestimmten Zeitraum innerhalb von vier Wochen, wo ich eigentlich die Rückerstattung durchführen müsste. Ach so. Das ist ja so ein Fall sozusagen. Ihr Fall ist jetzt bei uns gelistet, also sozusagen ein bisschen schwieriger, weil der Herr Wagner ihn nicht durchführen konnte. Wahrscheinlich wegen Ihrer Krankheit, weil Sie damals krank waren. Genau. Passiert mal, ist ja nichts Schlimmes. Nein, ist nicht schlimm. Ich bin nur drei Wochen beatmet worden. Okay, dann müssen Sie doch ein bisschen... Schön, dass Sie das lustig finden. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Aber seien Sie mal froh, dass ich überlebt habe, sonst könnten wir heute gar nicht telefonieren. Ja, also... Ja, ne? Tut mir leid. Ja, das hoffe ich. So was soll ich jetzt machen? Also, wenn Sie einen Computer hätten, könnten Sie dort eine Desk herunterladen und dann könnte ich Ihnen technische Fragen weiterhelfen mit alles. Ich habe aber gar keine technischen Fragen. Ich möchte eigentlich nur das Geld wiederhaben. Ja, also ich würde dann sozusagen die Transaktion bestätigen, also helfen, die Transaktion zu bestätigen. Danach würden wir sozusagen versuchen, das direkt in Fiat-Form auf Ihren Bankkontos zu übersenden. Das wäre das Leichteste. Und wenn es dann klappt, dann ist es super. Wenn nicht, dann halt in Kryptoform. Das ist doch klasse. Dann mache ich jetzt mal den Computer an, ne? Ja, genau. Weil mir wäre es tatsächlich ja schon lieb, wenn ich das zurück aufs Konto kriegen könnte. Weil ich kann ja so mit den, sag ich mal, mit diesen Krypto-Gesichten, das hat ja nicht so hingehauen, ne? Da habe ich wenig Interesse dran. Ja, aber wenn das ist, dann bin ich ja da, damit ich Ihnen helfe. Ja, aber ich meine, ich will da nicht weiter experimentieren. Ja. Verstehen Sie? Dann versuchen wir es erstmal auf den Bankkontos zu schicken. Wenn es klappt, dann ist es super. Wenn nicht, dann machen wir es halt in Krypto. Das sollte es schon hinhauen, ne? Ja, also klappt nicht immer. Aber sozusagen haben wir ein System, das ist automatisiert, Krypto verkauft. Wenn es aber eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das mit den Überweisungen nicht hinhaut, dann sollte ich vielleicht doch mit den Kollegen in der Zentrale bei Ihnen lieber sprechen. Weil dann ist das nicht von Österreich nach Deutschland, sondern eine nationale Transaktion. Dann ist das vielleicht einfacher für Sie. Das liegt nicht mit dem zusammen. Das liegt mit dem zusammen, ob das System es jetzt genehmigt überhaupt zu machen. Also Überweisung ist ja eigentlich immer möglich, weil das ist halt EU. Also Österreich ist ja auch ein EU-Mitglied, deswegen ist mit der Überweisung direkt kein Problem da. Brauchen Sie denn da im Prinzip auch einen Nachweis? Also einen Reisepass oder Fahrzeugkennzeichen und so? Nein, also sozusagen auf dem Bankkonto sieht man ja Ihren Namen, Nachnamen. Und dann, wenn es ein Privatkonto ist und es unter Ihren Namen läuft, dann ist es eigentlich genügend. Also ich habe jetzt mal mein E-Mail-Fach aufgemacht. Da ist ja noch nichts da von Ihnen. Wann haben Sie das denn geschickt? Also ich habe Ihnen vorerst keine E-Mail geschickt. Ich müsste erst mal sozusagen durch AnyDesk eine Verbindung mit Ihrem PC aufbauen und dann würde ich Ihnen sozusagen die Hash-ID eingeben in der Blockchain.com. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also ich bin bei AOL seit 1993. Hätten Sie vielleicht die Anwendung AnyDesk auf Ihrem Computer? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Also ich habe eine Gmail-Adresse habe ich noch, falls das weiterhilft. Also das ist keine E-Mail, das ist eine Desktop-Remote-Anwendung. Verstehe ich nicht. Ich kann kein Englisch. Ich hatte nur Russisch in der Schule damals. Ja, nur Russisch. Russisch kann ich leider nicht. Ja, verstehe. Es ist bei mir auch schon ein bisschen her. Also ich könnte es jetzt auch nicht mehr so anwenden, ne? Ja, also das ist eine Bildschirm-Teilungsanwendung, wenn man es so übersetzt direkt. Dann weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt mitmachen kann, weil mein Enkelsohn, der hat zwei Bildschirme. Ich habe aber nur einen, weil der macht immer so viel mit mit so Internetspielen, wo die aufeinander schießen, ne? Ja. Also ich würde Ihnen dann vorschlagen, jetzt erstmal auf Ihren Browser, also auf diese Internet-Suchmaschine drauf zu gehen. Ich soll zum Browser gehen? Ja, zum Browser, also Google Chrome oder noch was. Ja, also wir haben ja einen Warm-Wasch-Miss-Browser von Starbanger, heißt die Firma. Aber was hat das damit zu tun? Egal, was für ein Browser, also Hauptsache Sie gehen jetzt kurz ins Internet rein. Na gut. Ich weiß zwar nicht, was... Ah, vielleicht meinen Sie die Warm-Kalt-Leitung und das Internet? Läuft das durch selbe Kabel? Weil sonst macht das wenig Sinn, was Sie mir da gerade erzählen. Nein. Ich gehe da mal hin, eben. Ich habe ein snurloses Telefon, ich kann Sie mitnehmen. So warm, soll ich das jetzt aufmachen, ja? Ja, Google einfach öffnen. Also den Verschluss im Prinzip. Ne, die Suchmaschine auf Ihrem Computer. Jetzt bin ich ja ins Badezimmer gelaufen, jetzt sagen Sie wieder was mit Computer. Ja, auf dem Computer die Suchmaschine öffnen. Eben haben Sie gesagt, ich soll zur Browser gehen. Browser. Ja, da stehe ich jetzt, ja. Internet-Browser. Aber was hat das damit zu tun? Internet-Browser. Alles, was ich Ihnen jetzt erkläre, müsste auf dem Computer gemacht werden. Ja, dann laufe ich da jetzt wieder hin. Ich bin nicht schlau mit solchen Sachen. Bitte eine einfache Sprache. Gut. Also ich benutze Internet-Explorer. Ja, gut, das ist ein Browser. Sie gehen dort drauf, öffnen eine neue Seite. Welche denn? Tagesschau habe ich immer offen, wenn ich das aufmache. Ja. Das hat mein Enkelsohn so eingestellt, damit ich immer Nachrichten gucken kann. Ja, gut. Also oben haben Sie ja diese Suchleiste, wo bei Ihnen steht www.tagesschau.de. Ganz genau. Woher wissen Sie das denn, wie das bei mir aussieht? Weil ich ein Techniker bin. Also ich muss das alles wissen. Ach so. Ich dachte, Sie sind Finanzberater. Ja, Finanzberater. Aber ich bin also sozusagen, ich bin Finanzberater, bin aber auch von der Technischen sozusagen. Ah, Sie sind so ein Generalist, der, sagen wir mal, so alles kann, so ein bisschen. Kann man auch so, äh, ja. Ja, ja, das war jetzt nicht abwertend gemeint, ne. Das war ein Kompliment, ne, wenn Sie sich da gut auskennen. Das Einzige, was ich repariert kriege, ist die Saukel vom Vogel im Käfig. Da hört es aber auch auf. Ja, also ich war damals in der Technischen Abteilung tätig, bis ich dann hier weitergeleitet wurde. Von der Leitung halt. Ist das gut? Ja, das war eine Beförderung, also das ist gut, der Lohn ist voll geworden. Ach, schön. Das ist, wie lange machen Sie das denn schon? Also in der Technischen Abteilung war ich drei Jahre tätig und, äh, ja, jetzt bin ich schon fast anderthalb Jahre hier in der Finanzabteilung. Das läuft ja. Ja. Und viel zu tun da wahrscheinlich, ne, mit den ganzen dreckigen, ehrenlosen Schweinebetrügern da draußen. Ja, also mit den Betrügern habe ich ja im Endeffekt nichts zu tun. Ich habe einfach zu tun, das ist jetzt das, was sie gemacht haben. Ja, ja, sie haben da ja tagtäglich Kontakt mit. Ich meine, wie ehrenlos und dumm kann man sein, dass man alten Leuten das letzte Geld wegnimmt, ne? Ja. Wie kann man da morgens in den Spiegel gucken, wie kann man sich da noch mit Familie und Kindern an den Tisch setzen? Weißt du, da hockt da, der Onkel erzählt, ja, ich habe heute drei Autos verkauft, ganz schwierige Kunden. Die Mutter erzählt, ja, heute, die geht putzen, so, oh, wie die Kunden immer die Toiletten zurücklassen. Und da sitzt da der andere mit am Tisch und denkt, ja, ich klaue jeden Tag Leuten das Geld und mache denen das Leben kaputt. Könnte ich ja nicht. Da muss man ja so ein schlimmer Mensch sein, ne? Naja. Sagen wir mal so, die sind ja nicht direkt Betrüger, die haben einfach ohne nötigen Lizenzen gearbeitet. Ja, das ist so Betrug. Die haben das Geld ja nicht wieder rausgegeben. Ja, weil das Gerät gebrochen wurde, deswegen ist es auch unmöglich. Ja, ja. Schon, was sollen wir denn jetzt machen hier? Also ich habe jetzt den Computer aufgemacht. Angemacht. Wie heißt das nochmal? Hochgefahren. Mhm. Ja. Und dort in der Suchleiste dann A, N, Y. Nee, ich habe hier jetzt schon Auswahl. Tagesschau, NDR, Vogelkasten.de, Eulen-Taverne.org und, das andere ist irgendwas Englisches, ich kann es nicht aussprechen, aber da geht es um das Paarungsverhalten von Giraffen. Das sind die Lesezeichen, die hat mein Enkelsohn gemacht für mich. Also Sie müssten dort A, N, Y, D, E, S, K, Punkt, D eingeben oben. A, N, Y, Punkt, D, E, ja. A, N, Y, D, E, S, K, Punkt, D. Also ich bin jetzt hier, ich habe A, N, Y, Punkt, D eingegeben und jetzt bin ich auf der Seite Tiffany, kreative Lösungen. Unser Office liegt mitten in Berlin-Kreuzberg am Paul-Linke-Ufer. Das ist ein Buchverlag, was habe ich damit zu tun? Ja, also Sie haben any.de angegeben. Ja, also wie Sie das gesagt haben, Anton, Nordpol, Y. Y. Ja. Dortmund, Erfurt. Nee, ich dachte, Sie sind in München. Also nee, ich sage jetzt, ich buchstabiere es. Also Anton, Nordpol, Y, Deutschland, Erfurt, Slowenien und Klaus. Ja. Punkt D. Anydesk muss herauskommen. Und drücken wir mal. Diese Seite konnte nicht gefunden werden. Also C wie Klaus, ja? Äh, nein. Also K. K. K wie Kauf-Otta. Ja. Also das mit dem Buchstabieren üben wir nochmal, ne? Ja, also... Jetzt habe ich das Offenes, aber auch alles auf Englisch. Das hilft mir auch nicht weiter. Ja, oben rechts haben Sie dort eine amerikanische Flagge. Ja, das ist amerikanisch. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. In Amerika und England wird Englisch gesprochen. Das heißt, das bringt mir nichts, wenn ich da jetzt auf Amerika umsalte. Nee, drücken Sie auf die Flagge und dann wählen Sie die deutsche Flagge aus. Oh, da gibt es ja auch Russisch und Chinesisch. Ist das ja spannend. Ja, polnisch, alles. Wie war denn die Internetseite von Ihrer Firma? Von unserer Firma? Ja, natürlich. Von der Konsortium. Wie schreibt man das? Äh, B-L-O-C-K-H. Oder wollen Sie einen Link direkt? Sie können mir auch direkt einen Link schicken. Soll ich Ihnen meine E-Mail-Adresse vortragen? Ja, oder ich könnte Ihnen sozusagen den buchstabieren kurz. Schicken Sie mir mal ruhig eine E-Mail, weil Sie müssen ja dann auch sich noch legitimieren sowieso. Dann können wir das gleich in einem Abwasch machen. Also sozusagen, nachdem ich die Rückerstattung wieder mit Ihnen angefangen habe, kann ich Ihnen eine E-Mail, also sozusagen eine Terminbestätigungs-Mail zum Beispiel schicken. Das müssen wir ja so vorher machen, dass ich weiß, dass ich da auch mit einem seriösen Ansprechpartner spreche. Weil die Blockchain-Consulting, die hat ja die Internetadresse bcc-munich.com und von der Domain schicken Sie mir dann ja eine E-Mail-Adresse, ne? Also ich würde von der Hauptzentrale eine E-Mail-Adresse schicken. Genau, dann haben Sie was zu schreiben? Ja, so eine Terminbestätigung würde ich Ihnen dann vielleicht schicken. Ja, Taube wie der Vogel 88 at AOL.com T-88 Nein, Taube wie der Vogel Taube 88 at AOL.com at AOL.com Gut, Taube 88 at AOL.com Ganz genau Genau, gut, dann schenke ich Ihnen dahin eine Terminvereinbarung an diese E-Mail-Adresse. Ich bleibe so lange dran, das ist nur einmal, dass ich sehe, dass ich da auch einen guten Gesprächspartner... Also Sie sind schon gut, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, also eigentlich habe ich jetzt eine Mittagpause, also würde ich Ihnen nach einer Mittagpause eine E-Mail schicken. Ah ja, komm, daran kannst du jetzt ja nicht seithand. Ja, also nach 14 Uhr würde ich Ihnen dann eine E-Mail direkt schicken. Eine Stunde Pause, du, das ist... Im nächsten Leben werde ich auch Telefonbetrüger, oder den ganzen Tag Leuten das Geld wegnehmen, noch eine Stunde Pause dabei, andere Leute arbeiten drei Jobs, um über die Runden zu kommen und ihr Trolle von Putin klaut den Leuten das Geld, ihr Schweine, du. Hat der Wagner wirklich mal eine Telefonnummer im System drin gelassen? Dieses Dreckspack, Freunde, unglaublich. Kennt ihr den Anruf noch? Der Typ, der hier Putin und Prigozhin so gefeiert hat, sah ja alles Helden und hier und da. Das war sein Kollege. Aber halt auch wieder saugefährlich, weil die eben wirklich gutes Deutsch sprechen, weil die ihr Skript kennen und weil die sich wirklich Mühe gegeben haben mit dem Schlachtplan. Aber er hat nicht funktioniert. Also, jetzt mal wieder Sitz,